moin moin liebe benzin freunde und herzlich willkommen hier beim benzin 2 video es ist freitag der 26.11.2010 wir werden jetzt gleich nach köln fahren wo wir heute mit montreal in der werkstatt spielen und morgen geht es nach hannover und ja ich bin wieder einmal sehr gespannt was an diesem wochenende passieren wird viel spaß ich bin an dieser band mit dem sebastian der neben mir sitzt und wir haben hier wir vertreten auf der rückbank zwei völlig verschiedene meinungen wenn sebastian eher der apfelfreund ist und auch so aussieht bin ich eher der mandarinenfreund obwohl ich nicht so aussehe man glaubt das nicht wir sind auf dem weg nach köln spielen aber in montreal heute abend in der werkstatt benzin in der werkstatt ist ein riesen knaller für mich als langzeitstudent ist das total geil erstmalig in einer werkstatt ich wollte es gerade sagen sehen wir noch nie eine werkstatt von innen gesehen das wird sich heute abend ändern darauf freuen wir uns dann glaubt man dir das mit der werkstatt da gibt es ja Gemüse Hoodie Leck mich Lass mich Ja aber wir schlafen Ja Vergrillt ist die Karte Applaus Ich kann nicht so machen, ich habe Spaß gemacht mit euch Viel zu kurz, aber ihr seid großartig Aber gut, es hat sich gelohnt hier hingehen, auch wenn es leider scheiß Köln ist und Güsseldorf Also eigentlich bin ich ja nur wegen der Vorband hier gewesen Und wie hieß die Vorband? Benzin Richtig geil Gut Ich bin die Heike Ich bin das Edel Rupi von Benzin Und ich liebe Benzin Und ich stehe auf Schalke 04 Nein! Jonas, wie fandest du es heute? Fantastisch Eine Erfüllung? Eine Erfüllung? Schön Guten Morgen Wir haben heute den 27. Wir sind immer noch in Köln Haben in der Werkstatt gespielt Schlafen aber irgendwie Oder haben im Underground geschlafen Warum? Keine Ahnung Und ich zeige euch jetzt, wie hier gehaust wird Ach du Scheiße Alles gut? Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Köln Guten Morgen Guten Morgen Köln Achtung, it's hot Wie sieht es Randstein-mäßig aus? Crazy. Das klingt besser, wir fragen das ab. Habt ihr den Chats noch? Vergesst die Hände nicht. Aber was sagt ihr? Hab ich schon. Hey Leute, ihr wart super! Ein großes Dankeschön an die Band. Ja, ein Dankeschön. Sieht aus wie hingekackt oder hingeschissen. Bisschen trocken. Das saugt ein bisschen auf den Mund. Aber sonst ist das ganz lecker. Ja, sehr verehrte Damen und Herren. Das ist Sonntagmorgen hier in Hannover. Erneut Hannover und diesmal war Bagdats Backwaren eine herbe Enttäuschung. Simon hat nur Tee anstatt Kaffee. Wenn man bedenkt, wenn man bedenkt, dass es zwei Sekunden später plötzlich Kaffee gab. Das ist die größte Farbe im Gesicht. Wie sexy. Ich habe keine Lust. Das macht sie vielleicht. Das macht sie vielleicht nicht mit Schlecht. Was ist wahrscheinlich nicht mit Schlecht? Ich habe die Nachbefleisse, die wir hier in derねeren Ecke. Und das macht ihr den Dach. Wie seht hier? Ich habe ihn nicht mit Schlecht. Ich habe 프로chen.